Was? Verdammt, jetzt warte doch mal! Lass weg! Dorian hat gesagt, wir sollen auf ihn warten! Noch mal Dorian, sag's. Schmeiß dich aus dem Fenster, klar? Hat da sich einen Scheiß um Lilian gekümmert. Also kümmere ich mich jetzt um sie. Okay, okay. Was ist das? Aber die Weste bleibt dran, klar? Dorian, sag ich mal. Scheiße, Mann! Das war die Zimmertür. Also kommst du jetzt mit und zeigst mir den Weg zum Fahrstuhl oder was? Ja, ich meine, ja, klar. Gut. Okay, kann losgehen. Warte! Vorsicht! Was? Ach, sieh schon wieder, Mr. Chapman!